Die vom Umweltministerium ausgegebene Biodiversitätsstrategie ist richtungsweisend. Um dieser Strategie zu helfen, müssen wir mehr Grünbrücken in Deutschland haben. Hier in NRW haben wir aktuell nur neun Grünbrücken, die es gerade dem Rotwild hilft, das engvernetzte Straßennetz zu überqueren. Unser Antrag fordert neun weitere Grünbrücken und die entsprechenden Gelder dafür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017